Entspann dich, Kleiner. Uns wird nichts passieren. Hast du deins Frau angerufen? Bis jetzt noch nicht, Peck. Ich mein, was soll ich ihr denn sagen? Er ist nicht gerade friedlich gestorben und ich will sie nicht anlügen. Boah, war Irish! Komm mal, sind die Finger! Tut mir leid, Miss. Das ist doch alles voll für einen Arsch, Mann. Die Cops haben Schiss. Und wir, wir fahren mitten rein und holen die Kohlen aus dem Feuer. Das schaffen wir mit links. Was, Wrecker? Ich könnte eine Tasse Kaffee vertragen. Hey, das ist eine autorisierte Infanterie. Verstanden. Ich glaub, die Arschgesichter starren mich an. Da halte ich unauffällig. Unauffällig? Hörst du das, Rack? Sehe ich etwa aus wie ein Chinese-Pack? Kann jemand das Gebäude sehen? Wenn du mir nicht sagst, wo es lang geht, kommen wir nur Gefahren. Okay, nach links. Wir müssen nach links. Vorsicht! Sieht doch gut aus. Ich sehe das Gebäude. Welche Etage müssen wir? Und von wie vielen VIPs hat Garrison gesprochen? Drei mit Kovic? Kovic und zwei Einheimische. Oh, Mann. Hey, ganz ruhig, locker bleiben. Wir müssen nach links, das Gebäude ist links. Oh, shit, wir sitzen fest. Wir müssen raus aus der Karre und dann zu Fuß weitergehen. Verstanden. Komm schon, Racker. Oh, Mann. Der Wagen. Beschlossen. Rack. Lass mich mal. Wir müssen nach rechts gehen. Was macht nichts? Was macht nichts? Was macht nichts? Was macht nichts? Wir kriegen sie zur Berkery. Überlass das Meer. Da oben. Von da haben wir eine bessere Überfläche. Ja, das geht alles. Du, ich, 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 ich. Aber bring dich. Der Heli bedeutet nichts Gutes. Scheiße! Wir müssen da rüber. Komm, fangt durch. Jetzt muss ich das leise durchziehen. ROME! Mediament, das entgangen ist! Vielleicht noch mehr. Wir müssen die Valkyrie informieren. Stand! Fortress. Tombstone 4. Melden. Los 4, Fortress. Partner! Starke chinesische Kräfte im Zielbereich. Break! Offen auf Backups. Anstärke derzeit noch unbekannt. Over. Verstanden. Handelt nach Bedarf und holt sie schnell da raus. Over. Verstanden. Vier. Ende. Lauf. Bewegung. Was ist das denn? Wasserpistolen? Bring uns zum Hotel. Find ich nicht. Die VIPs sind ganz oben, genau wie die Aussichtsbar. Das klingt doch gut. Die Aussichtsbar ist immer auf dem Dach. Du solltest echt trans Frau haben. Ja, ich weiß. Es ist nur... Mach die scheiß Tür zu! Warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! Warte! Scheiße. Ich glaub wir sind grade in China einmarschiert. Hier kommen wir nicht raus. Okay, Alternativen? Keine. Ausrahmen Leben bleiben. Schlepp es rein. Irish, Shrek, seht euch das an. Was rechnen die denn? Kontakt, die Treppe. Weiss, weiss. Weiss, weiss. Töne die Töne, die Treppe. Fähig! 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 Ich werde sie ausschalten. 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 Dann gehen wir rauf. Was? Obst...